So, Frau Müller, noch eine Tasse Tee? Ja, immer schön rein damit. Immer rein damit in die Figur. Sie können sie haben. Sie können sie haben. Das sei jetzt wohl nur ein Vorschlag gewesen, oder ist das alles? Doch, Sie sind mir eine, Sie sind mir eine. So, nun erzählen Sie mal, wie das mit der alten Handy passiert ist. Ja, schlimm. Schnell was. Bistchen! Sie können das ja haben, ne? Ich kann das nicht mehr so vertragen. Sind das Wachtel-Eie? Nein, das sind... Ach, Frau Müller. Wachtel-Eie! Was ist mit diesem Modell? Wachtel-Eie! Nee, als wenn ich das... Das ist gute Oma, das Butterstuben ist es! Butterstuben, das sieht aus wie Kirschkerne. Butterstuben! Da gehen? Nicht! Mensch, Mensch! Hat er für meinen Zahn, oder war das nicht? Okay. Ein Stück, dann machen wir mal mit dir. Ach Mensch! Ich beneide Sie ja so um Ihren Darm-Bad. Klar. Ich habe einen Darm-Bad. Einen dünnen Darm-Bad. Wenn Sie erst mit meinem Alter kommen, ne? Ich bin jetzt ja auch um Ihre Brems-Bad. Ja, nicht wahr? Na ja, so nach 50 Jahren muss man nie mehr erneuert werden. Das suche ich Ihnen hoch! Und der Doktor, das war aber ein ganz, ne? Ja! 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 Ja!